Hint ein M? E! Hint ein O? O! Hint ein H? Hint ein M? E! Hint ein D? E! Wie heißt der Mann? O! Wie heißt der Mann? O! Wie heißt der Mann? O! Hint ein M? E! Herzlich Willkommen, Frau Wischi-Dahn! Komm Kids, komm! Das ist das Zauberwort. Und Mohamed ist dann heute hier in Dortmund bei der Überreichung eines Schecks von 5.000 Euro, die er diesen Kindern hier zur Verfügung stellt. Eine richtig tolle Sache, wie ich finde. Und ja, wie man sieht, er fühlt sich richtig wohl hier in der Menge der Kinder. Umringt von den Kindern. Und Mohamed Sedan ist ja ein Typ, der halt sehr viel für wohl tätige Zwecke, gerade für Kinder in Dortmund tut. Und die Kinder zeigen es mit ihren Sachen. Schöne Sache da. Von Borussia Dortmund und seit Mohamed. Ich glaube nicht. Endlich Wochenende, ich freue mich schon, dass sie tun, was mir gefällt. Ich!</ Sch Davis- oder Wein sleutzt so leugt. oplanischer Hejskaikumampa im GLI smoothie- RSV-B Texas. Ich möchte mich nicht gerne sehen, wo die Kinder- fröhlicheratos Illinois und caused two months ago. Ich freue mich schon sehr im Vergleiche 좋아zuse und passierende Un thấy tuv gearbeitet und wired innovativ Elliottaubring. Ich zweite V человека auf die Bajikuchi-Chr somit wusste, weil weil man offensgelten Leute wünschtū haben vieleüştura harmonisch Dort, der Krone im Revier Es war nicht die schönste Stadt, doch trotzdem leb ich gerne hier Ich mag die Menschen dieser Stadt, mein BVB macht alle platt Dort, du bist mein Stadt Dort, du bist mein Stadt Dort, trotzdem leb ich gerne hier Ich mag die Menschen dieser Stadt, mein BVB macht alle platt Dort, du bist mein Stadt Dort, der Krone im Revier Es war nicht die schönste Stadt, doch trotzdem leb ich gerne hier Ich mag die Menschen dieser Stadt, mein BVB macht alle platt Dort, du bist mein Stadt Ich mag die Menschen dieser Stadt, mein BVB macht alle platt Ich mag die Menschen dieser Stadt, mein BVB macht alle platt Ich mag die Menschen dieser Stadt, mein BVB macht alle platt Ich mag die Menschen dieser Stadt, mein BVB macht alle platt